ja ich bin's wieder öö ja das haben wir jetzt ähh noch einen Raketenwerfer was wir denn was machen sollen BÄÄM der ist ja mal saugein der ist doch ein schade dann geht das mal wieder weg Ja, ich komme raus. Sehr gut. Hier sieht man auch nichts. Ähm. Es sind doch irgendwie keine Gegner mehr und gar nichts. Ich meine, ich bin das hier ganz alleine. Ah! Erfalt die Tür öffnen! Komm, wir sind vorbei! Nein, nein, nein. Okay. Ah. Nein, 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 nein. Autsch! Ich will sicher eine rausnehmen. Okay, Sie sind drin! Scannen Sie den Rumpf! Finde an den Weg ins Wrang! Ah ja, alles klar. Nanomission aktiviert! Also, was Feindsinnig ist, kann ich jetzt hier auch nicht, wenn ich mit dem Nanomiser erkennen kann. Es scheint wohl alles recht sauber hier zu sein. Äh, das sieht eigentlich aus dem Wasser. Ja, ein Einkaufswagen. Cool! Analisiere das biologische Material! Okay... Ja... Ich glaube, die Boxen ist keine gute Idee. Ich hatte ja die ganze F. Oh Mann! Das ist menschliches Gewebe! Das sind Menschen! Sie wurden... eingeschmolzen! Ohne echtes Alien-Gewebe verschwenden wir nur unsere Zeit! Raus da, Mann! Okay... Dann war doch diese Aktion dann wieder eigentlich quasi... ...umsonst! Sei es drum! Hör, jemand! Das ist ja wieder Aufzug! Ähm... Komm ich jetzt wieder raus?! Moment... Ja, was ist denn der U-Bahn auch schon weg? Ah, ich hab wieder dieses leckere Spuddelwasser. Komm, lecker. Ja, und da vorne auch wieder. Ja, lecker. Also, ich werd sicher nicht einfach ins... Hab jetzt ja gesagt, eigentlich. Ähm, wie heißt der Typ nochmal? Ach. Egal. Also, halt dieser... Ah! Irgendwann nicht. Kommt drauf. Haha. Na, 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 na. Geht's hier irgendwo raus? Irgendwo. Hier am Schiff. Ich bin letztlich nur noch in das Dach geschlagen. Ähm. Jaaaa, das sieht schon besser aus. Jaaaa, das sieht schon besser aus. Jaaaa. Ouuuuch. Auuuuch. Auaaa. die 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 getragen ja ja gar nicht mehr alles Hallo, süßes kleines Alien. Oh, hast du Schmerz. Haha. Haha. Scheiße. Scheiße, ich hab keine Funktion mehr. Wer? Wer? Ja. Das war geil. Die Zutoteboxen macht Spaß. Ich weiß, ich bin leicht brutal, aber es war einfach... Ja. Cool. Ja, das ist mir bekannt. Manus und Konfiguration. Du kannst verfügbare Module austauschen, bist aber auf ein aktives Modul Kurschen geschenkt. Du kannst gerade die Module auf Aktivieren und Deaktivieren. Okay, Monster. Herr Brauch. Annäherungs-Alarm. Wie kann man jetzt hier die Punkte setzen? Bisschen gesagt, die Katalysatoren. Bisschen gesagt, die Katalysatoren. Verkauf. Ja. Okay, jetzt hab ich sie gesetzt. Aktivität. Ein, aus. Okay. Okay. Du könntest ja wahrscheinlich nur diesen Panzerverbrauch... ...upgraden. ...upgraden. Das war's. Jetzt nichts wie Hauslau-Prophet. Jo. Richtung FDR. Jo. Bring Xenogewewe vor bis zum Kurs. Begib dich über den FDR Drive zu Kurslabor. Das ist doch schon recht unverstaubt hier alles. Fast so wie am 11. September. Das war doch ein Unvergleich. Jetzt kümpft mich nicht gleich wieder, weil ich ebliche schrecklichen Menschheitsdramen irgendwie wiederumgezählt hab. Das ist echt schon scheiße unverstaubt. Ist das immer so, wenn im Gebäude irgendwie einstürzt? Ja, wahrscheinlich. Au. Man konnte ja gar durch die Steine gucken. Sehr gut. Und ich komm nicht weiter. Ähm. Hier hoch vielleicht. Komm schon rüber. Neee. Auch nicht. Denn der Ferne mich ja wieder vom Ziel. Ja doch. Jetzt komm ich näher. Jetzt geh ich wieder weiter weg. Weil die Zeile dann wieder in dieser Richtung größer wird. Also die Distanz-Anzeige-Angabe. Vielleicht irgendwie hier auch man. Nee, geht auch nicht. Ähm. Hier hoch irgendwie irgendwie. Aber... Nee, hier hoch irgendwie nicht. Nee. Äh. Oder ist das? Ja. das das wenn aber auch schaustet ich meine die noch im Versuch des 2 Min. ein bisschen fail ne jetzt glaub ich seit 3 4 Min. aaaaaaah guck mal einer an ja es war ein failpart hey die Knappe will nicht aufhaben sieht aus richtig schoss immerhin der 180 sogar